hallo meine lieben freunde und herzlich willkommen zu der achten folge von sky grid und wieder mal dabei wer hätte es gedacht ist der myricks hallöchen und wir versuchen natürlich wieder weiter an den aufgaben zu arbeiten er muss ein setzding holen und ich muss diesen generator zu Ende bauen und mehr Neuigkeiten gibt es eigentlich nicht mehr gibt es nicht wie gesagt wir können die Kommentare wieder nicht lesen was jetzt in der sechsten in der siebten geschrieben wurde da habt ihr wieder vor produzieren weil wir natürlich alle Schule haben ihr denke ich mal auch wenn nicht dann dann sucht euch Schule nein aber ich denke ihr seid schon in der Schule schon schon und ihr könnt es bestimmt verstehen ja ja ich hoffe so mal bei denen okay da ging es weiter runter als ich dachte was ist denn los mit mir was ist zwei Sprünge zwei Halber verkackt das gibt's nicht nicht mal was was hat nein heute bist du echt lustig drauf das ist unfassbar erst diese Rhymes und dann ja diese Rhymes ok nee ok jetzt reißen wir Alter jetzt sind manchmal voll die riesen Lücken unter den Blöcken ja das ist voll blöd haben wir die Hauke da ne non chf ich schaff das noch ich schaff das Aargh du musst das면 du musst dir das runter�aufen mein Gott ich stehe hinter dem Wasfall beobachte dich und du das einfach runter hm Scheiße das ist wenn man labert statt sich so konzentrieren Ja. Boah. Ah, Mann. Ich hab'n'n Spitzhackel verloren. Die schneid' ich raus. Nein, die schneid's nicht raus. Ja, nein, die eine am Anfang. Die bei der Mädchen hilft ohne Hände. Ist doch nicht schlimm. Ist doch nicht schlimm. Steh' doch dazu. Oha. Oha. Find's jetzt nicht so gut, dass du auf Mädchen gehst. Guck mal, ich bring' dir was mit. Oh nein, was denn? Einstein. Nein! Dein Physiker nicht den Stein. Heute bist du aber echt großzügig, was das angeht. Geh' mal die mann Setzding finden. Okay. Ja, ich bin ja dabei. Ich musste mir ja erst eine... Dein Pickaxe wieder zusammencraften, weil ich's ja verkackt hab. Ja, seh' ich's ja mal, ne? Wollt' ich dat? Das Schnee? Ach nein! Hättest du's mal mit ner Schaufel gemacht. Hätt' ich die Spinne jetzt abwerfen können. Boah, hätt' ich da gelacht. Einfach nur gelacht. Gelacht. Ja. Gut, ich bring' zu dem, zu dem, zu dem. Ich brauch' ja eigentlich erst mal nur einen Leisen. Okay, hier unten wurde alles abgebaut, wenn ich da... Das... An dieser Kiste waren wir eh schon von da her. Warum sollt' ich da gucken? Aber du guckst halt irgendwie immer. Ja. Das ist schon wieder Schnee. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da unter mir ist ein Creeper. Oh nein! Oh nein! Ich flieg' einfach runter! Boah, Alter! Hat der keinen Schaden gemacht? Nein! Der hat mich nicht mehr getroffen. Nein, ich mein' jetzt den Blöcken. Ach so, äh... Ich hab' keine Ahnung. Glaub's nicht. Sah halt nicht so aus. Oh mein Gott. War hier wieder so eine riesenlücke. Ah, shit halt. Ich brauche mehr. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Boah, ich würde so feiern, wenn ich jetzt einen Sätzen gegen würde Und ich den Generator zu Ende war Ja Zwei Herzen Echt? Ja Aber jetzt kriege ich keinen Schaden mehr Boah Ich hab mich wieder getraut, einen Dreifachsprung zu machen, jetzt bin ich gut Jetzt bin ich cool Oh man Sooo Ja, ich bin oben Warte, dann lau ich jetzt auch noch ab Oh, fast Nein Okay, passt Trotzdem Den nehm ich Was macht der? Alter Geschnerzenfakt So Nee, du Wo ist der Erdblock? Toll So, jetzt muss ich erstmal wieder Regeneration Regeneration? Regeneration Nein Nice Boah, ich dachte grad Hä? Okay, nice Das ist ein Fact, man kann mit ner Pilzuppe keine Truhe öffnen Was? Infekten? Ja, das geht irgendwie nicht Boah Boah, ich bin so ein Infektensammler Boah, extrem Boah, ich muss kratzt Unter unserer Platte, man muss auch ner Eisenherz Genau drüber Lass mich Lass mich Ach man, ich hab immer zu wenig Blöcke Hopp 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 Da ist ein Macht der Creeper was über einen Ja, nein, ich will das gar nicht ausprobieren Warte, da ist doch noch Nein Neiiiin 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 Der Open Ring Das ist meine Spitzsacke Meine Spitzsacke hat überlebt Die liegt auf ner Melone unten Ganz unten Echt jetzt? Auf der einen hin, wo wir gesagt haben? Ja, ich glaub schon, dass sie das sind Da rettet die Melone uns zu lang Da rettet die Melone uns zu lang Du gehst die holen Du gehst die holen? Ja Wer steht dir da sicher? Oh ja Ähm, wie machst du das denn? Eichenblätter Nein! Was ist passiert? Wie soll ich jetzt da rüber? Komm Ach so, alles 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 Teil meines bösen Planes Ja, das Merke ich schon Äh, wir haben uns komplett Auf der einen Seite haben wir uns komplett Komplett? Also hier gepackt Oh, das war ein bisschen viel Wie bist du da wieder hochkommen? Ah, okay, alles klar Hopp, hopp, hopp Und stopp! Also, wir nehmen mal ein Sitzling raus, kommt dann mal schon mal Party Stopp Du... Kleines... Du Kleines? Ja, da wartet schon wieder ein Skelett auf mich Aber da geh ich jetzt extra nicht hin Ey, das gibt's doch nicht Hä, ich bin so böse Und jetzt schreib bloß nicht in die Kommentare, ja, mach's mit mehr Blätter Weiß ich selber Mach doch Ich krieg's jetzt springen So Hier hast du auch nen Kaktus Kaktus Kaktus, Kaktus Hopp, hopp Schaff ich das da drauf? Boah, ich bin so cool Boah, ich bin so cool Hm, glaub es nicht, meine, nein, das werd ich nicht Denk euch den ab, bleib stehen Sehr gut Nein, oh Ich bin schon wieder ein Genie Ja, Mann Komm, das mach ich Seid ihr das hier für Rückzeit mach ich das halt mal, dass ich jetzt Ich bin so doof Echt? Nein Was ist passiert? Nein doch Nein doch Ich spring... Ich spring überall rum Obwohl... Shit 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 Obwohl genau über unserer Base zwei Blätter, also so Hängen Hängen Ja Schon wieder ein Creeper Nein Ist er runtergefallen? Nein Ach schade Oh, oha Da gönnt einer mir Ist ok Wir reden später Nach der Aufnahme Wau ja am besten mal so einen voll funktionsfähigen Redstone Fahrstuhl Ja So wie du da gezeigt hast, oder? Ja Mach ich mal Mach ich mal, ok Ok, dann schreib jetzt einfach mal was zu denken Oh mein Gott Hä? Da hätte ich mir fast die Kugel gegeben, als ich das gelesen hab Und ohne Witz Ne, oder mit dem, äh, mit dem, was hat er da noch? Wartet What? Achso Ähm Ähm Wollt ihr jetzt rein? Wollt ihr euch jetzt rein? Wollt ihr euch jetzt rein? Äh, zieh mir die Frage Toll Da kommst du gar nicht drauf Ne, Mann Wodrauf Soll ich dir echt sagen? Ok, pass auf Mir wurde als private Nachricht auf Youtube geschrieben, wie viel ich krieg Ggde für Zahlen muss, dass ich mit ihm aufnehmen muss Äh, die Summe wollen wir jetzt mal nicht sagen Ne Das Ist eigentlich jetzt nicht so nett Weil Ich bin schon fast arm Aber Ja Was macht man denn nicht alles dafür? Oder muss das sein, ne? Ich mach das jetzt einfach Oder Dass ich jetzt hier So, Boss habt den Block einfach wegmache Ist jetzt auch egal Und dann kommt da Erde hin Und dann, äh Versuchst du hier hochzukommen? Nein Ich hab dir zuschaut Und äh, warte jetzt Musst du schon einfach den Wassereimer Brauchst du den Wassereimer, ne? Ja Eimer haben wir, glaub ich, hoffentlich geliebt Äh, wir haben keinen leeren Eimer, nein Wir bauen ja nicht so viele Lavaeimer, oder? Nein Aber wo willst du die Lava hinkippen, dass nix anfängt zu brennen? Ja Beziehungsweise, du musst ja eh einen Lavaeimer hier hin machen Ah, stimmt, ja Aber ich würde den Lavaeimer erstmal abblocken Äh, ja In irgendeiner Form Bist du bereit? Ich warte Das ist jetzt wieder so ein Meilenstein Pass auf Jetzt wird's verkatzt Boah, du Ich wollte dich grad platzieren und du darfst dafür Äh, davor Dafür Wenn du jetzt Obsidia drauskriegst, weine ich Dann weinst nicht nur du, sondern auch ich Nein, das müsste funktionieren Nach meinen Nach meinen Berechnungen Berechnung PQ-Formel Warte, ja sowieso Nein Ich weiß warum Sei nicht so still, dann ist das noch peinlicher PQ-Formel 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 Nein Nein Oh nein, deshalb musste ich Ach so, ja, ich glaub ich weiß warum, wo war das Lava Ja, das war wie gesagt, war geplant, gell? Weil das ist Ja sowieso Wir machen ja alles perfekt, also Ne, also Ne, also Ja, das stimmt Ich werde dich die ganze Zeit in Skype folgen gesperrt Ich werde dich die ganze Zeit in Skype folgen gesperrt Ja Ist da unten Block Ja Ich, äh, ich, ich kann ja jetzt mal sowieso ausprobieren Ich hab ja sowieso, sowieso schon verkackt, ne Was war das? Boah, lol Wie hab ich das hier gemacht? Wann Ich hab den Holzblöck da unten abgebaut Von hier, von hier oben, dass ich den gar nicht erreichen konnte Dann war der abgebaut Ich platziere ganz schnell den Erdeblock Und der Holzblock kam einfach mal zu mir hochgesprungen Ohhhh Das war natürlich alles Plan Äh Wasser Wasser muss, äh, zwei Blöcke sein, oder? Oder, oder Lava Wir müssen eh eins erstmal verschieben Ich hab zwei Blöcke wieder geholt Nice Warte, nochmal stehen Ich will halt jetzt echt nicht in der Aufnahme gucken, wie man den Nein, Mann, ich schau mit dir schieb Das wär, äh, betar Nein, also was hast du grad gemacht? Du hast Hier war Lava Ja, aber die war abgegrenzt Richtig Hier war die abgegrenzt, oder? Ich glaube, ja, genau Und hier hast du also den Steinblock hingesetzt Entschuldigung, dass ich die geklärt habe Ja, ja, das war richtig, das war richtig Dann muss, ja, okay Aber Moment, man müsste, wenn wir die da abgrenzen Natürlich, das ist ich, ich hab's einfach Komm, komm Komm Lös uns auf Lös uns auf, warte Wir dürfen ja, die Lava muss ja fließen Dass das Wasser nicht an die Lava, an die Quelle kommt Ja, 12 Okay, dann, ich brauche Drei Stück kann ich dir geben Erste, jetzt? Oh, nur Boah, wollen Sie mal erzählen? Ich hab's gelassen, weil ich noch weiter muss Doch, die einen lang, so die andere, so Aber es ist jetzt nicht das Team Ja, 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 kommt wieder die bessere Sache Die bessere Ähm Warte mal Ja, heimt da eiermaßen Ich mein jetzt aber so Hier kommt Wasser hin Ich bin so aufgeregt Ja, okay Soll ich's machen? Zuerst der Wasserblock Soll ich das abgrenzen? Ja Tu hier mal ein bisschen abgrenzen Ich hab' kein Block schon, nur Holz Aber ich bin ja jetzt keine Rolle, oder? Ich bin schnell So Okay, jetzt versuch Zack 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 Oh, schon wusste ich mal Ich hab' noch was einmal Aber geh' noch du, mach' Bitte lass' es gehen Bitte lass' es gehen Ich bin so aufgeregt Ha, ja Okay, dann ist einfach nichts Nein, stopp, 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 stopp Das stimmt nicht, oder? Nein Nein, nein Hä, wie blöd sind wir? Nein, die Lava muss äh Hä? Ich hab' schon den perfekten Titel dieser Folge Ja, ich auch Äh, warte mal Das muss äh Warte Die Lava muss fließen Ah nein, ich weiß warum Glaube ich Hä? Warte mal, kannst du mal kurz das Wasser wegmachen? Ja Warte Moment mal, da stimmt Da stimmt irgendwas Warte, wie viel Ich will eine Sache versuchen Klar, sie kann wieder nach hinten losgehen Aber Warte Oh mein Gott, ich wollt nur kurz Ich wollt nur kurz Den Block holen Ich brinne Ich brinne Ich weiß es, aber Warte mal was soll Hä? Ich weiß es Oh Mann, Alter, so blöd hier, um so'n scheiß Generator zu bauen Ich hab' denn immer so lange nicht mehr gebaut, ey Mach mal, tu nochmal die Lava bitte abgrenzen Momentchen Momentchen Warte Warte Einfach kurz so, dass ich gucken kann Ich glaube genau Genau, genau Genau, genau So So Ich will's nicht machen Ich bin nicht schuld, ich bin nicht schuld Hä? Hä? Ah warte, ich muss einfach nur blocken Moment Hä? Komm, Yolo Yolo Nein, 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 nein Nein, 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 nein Nein, 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 das funktioniert nicht Doch, doch Ok, doch, stimmt, mach mal, mach mal, mach mal Ich bin nicht schuld Ich bin nicht schuld Weil die Guck dir das mal an, wir bauen hier einfach ein Nether-Portal, junges Ganz ehrlich Ganz ehrlich Ah, ne, passt gar nicht Oder doch Hä? Hach, soll ich, äh Habe ich mein Handy gerade irgendwo liegen? Nein, das geht Moment mal Ich erinnere mich jetzt an die allererste Folge von Skyblog damals Da habe ich ihn nämlich einfach so aus dem Handgelenk gezaubert, diesen Generator Ich habe Zwei Blöcke Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Hä? Das war doch richtig, oder nicht? Gäh? Ich meine auch Ach nein, ich seh schon die Kommentare kommen. Ey, seid so blöd, ey. Das Problem ist, wie kriegen wir jetzt die Scheiß? Klar gibt's hier Diamanten. Nein, ich hab doch keine gesehen. Selbst so Problem, ne? Egal, weißt du was, wir haben eh Glück. Die Folge ist jetzt vorbei. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass euch die Folge gefallen hat. Aber wir sind ein bisschen blöd dran. Oh Mann, Alter, das ist schon feinlich, das ist echt schon feinlich. Ja, das ist nice. Willst du noch was zur Verteidigung sagen? Redet mit unserem Anwalt. Nein, tut mir das, tut mir leid. Haut rein.